Hallo, mein Name ist Luca und unter der letzten Video-Ende-Challenge haben mir zahlreiche Leute von euch in die Kommentare geschrieben, dass das nächste Video bitte enden soll, sobald Katja das Wort Sex sagt. Von daher befinden wir uns hier auch schon direkt auf dem Kanal von Katja. Ihr seht schon, ich hab mir hier nie irgendwas angeguckt, obwohl sie halt meine Lieblings-YouTuberin ist. Die letzten hochgeladenen Videos von ihr sind ein Corona-Prank, der letzte Boss-Bitch-Tour-Vlog. Also das ist ein Vlog, das schauen wir uns jetzt glaube ich nicht an, geht auch viel zu lang. Der hier geht fast 20 Minuten, schauen wir uns auch nicht an. Rodeo. Geben bei dem Ganzen mal eine Chance und hoffen, dass sie nicht das Wort Sex sagt. Das Ding ist überall ausverkauft? Jetzt sind noch die Tourtermine. Alles klar. Katja, wir haben es verstanden. Jetzt geht's los. Sie steht, das ist schon ein bisschen älter, weil da liegt Schnee und so. Sie steht hier auf jeden Fall wieder ziemlich leicht bekleidet. Hat die Ha... Als ob YouTube sowas nicht sperrt, das wäre so, wie wenn ich mir einfach... Ich müsste mir halt eine Eiche hier vorhalten bei der Länge. Bro, what are you talking about, man? Komm, ich reit dich wie beim Video. Und ich halt mich an dir fest, alles was ich will ist Sex, wenn ich... um... sham, ich reit mich an... ich lieber zu mir... um... РЕеле Untertitelung des ZDF, 2020